servus und herzlich willkommen hier zur neunten folge danilo vers abonente heute mal mit benni und bevor ich jetzt starte muss ich noch ganz kurz ansprechen und zwar bin ich ab morgen also wenn ihr das video seht bin ich ab morgen in london und ich weiß nicht ob ich es schaffe am mittwoch das video hochzuladen es kommt darauf an ob in unserem hostel freiseland ist oder nicht oder ob ich irgendwie ein internetcafé reinkommen muss ich gucken also ich habe auf jeden fall das video das ist das existiertes das gibt es auf jeden fall aber es kann halt sein dass erst entweder die woche später kommt oder dass es halt am mittwoch kommt wie geplant aber genau kann ich kann ich das noch nicht sagen weil ich jetzt nämlich im hostel war und nicht weiß ob es da freies wlan gibt aber ich würde sagen wir fangen einfach an wieder zehn runden dann als zehnte runde gibt es hier die bonusrunde mit deinem kit und ja auf geht's wenn sich posten kürzelt die du leckst extrem oder leck ich du leckst dort ist ja miese brise alter mal mal wer ist das wie du leckst du leckst auch du hast bei mir nur vier arm äh vier armor bars genau jetzt geht es einigermaßen oh Junge ich kann dich nicht schlage du leckst von mir darum okay jetzt hattest du grad ein timer also nicht ein timer aber du standst halt grad bei mir alter ist ja nicht mehr normal ahja machen wir mit deinem kit gleich noch passt da ich bin nicht schlimm ich muss dazu sagen ich habe jetzt ein Thatcher Pack drin da sind Brote, Burger und Brote, Schweinefleisch ist einfach so ein Donut nice muss ich mir auch mal holen also ich spiel grad mit dem Sandrolino Pack für alle die es interessiert für alle die sich hole wolle Link ist in der Beschreibung äh nein 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 ooooh was 5 Gehalt 5 Gehalt ja das war der Skill Skill oh nein tausend mit Lecks äh 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 ne es geht nicht um die Lecks es geht um die Internet Lecks du stehst wieder bei mir ja du standest wieder am Schluss kannst wieder nicht schlagen ja gut jetzt leck ich bei mir in der Luft rum so ich spiel die jetzt nicht schlagen äh du hast eine Angegnung mit Tava wollte ich dazu sagen ne ah ok äh vorher hast du angekündigt ok ähm das ist die 5. Runde müsste es sein gell oder wenn ich mich nicht irre ja müsste die 5. Runde sein da steht 2-2 oh das ist richtig ekelig mit den Lecks nein oh halbes Jahr ah dank der Scheiße so sechste Runde war echt schon am Limit am Limit hier deine Lecks sind echt extrem teilweise ist nicht normal was hast du für eine Leitung flüssig ja ne es läuft ja flüssig bei dir aber es läuft du leckst halt vor mir rum das liegt doch nicht an meinem Minecraft ich hab ich hab 120 FPS aber ähm ja ich weiß nicht an liegt an deinem Internet ich hab eigentlich die Fritz und sollte ganz gut sein es kommt halt drauf an was du für eine Verbindung hast zum jetzt lagst du wieder ich kann nicht warte mal kurz stopp stopp jetzt beruhigt jetzt hat sich wieder ein bisschen beruhigt gott ok kann weiter gehen achte siebte Runde müsste es sein ja siebte Runde so stopp nein kriegst du es nicht fuck ich weiß nicht wie viel steht ich hab drei vier zwei für dich ja oder vier drei vier drei für dich oder sowas achte Runde ist das jetzt auf jeden Fall du hättest du hättest du standst bei mir wieder da war wieder nix dann war ich weg neunte Runde es steht irgendwie Unentschiede oder so also ich es könnte sein dass ne Unentschiede kannst doch müsste eigentlich Unentschiede stehen theoretisch oder ich hab mir wieder erzählt natürlich das kann auch sein fuck das war dein Hit bisschen dumm ne oh nein oh oh also mal ein Herz oder zwei Herz im Cell gehabt ich hatte ein Herz zwei 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 oder zwei kann auch sein also ich glaube jetzt kommt die zehnte Runde ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine es oh Gott hast du mich erschrocken und dann schon mal nachher die Bonusrunde wieder als zehnte sonst ist ja nicht so schlimm das war jetzt entweder der Ausgleich gibt dir das Rache müsste gucken müsste gucken so warte ähm verloren zwei Herzen fünfeinhalb warte eins 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 zwei eins zwei zwei drei zwei drei vier vier drei ne fünf drei fünf vier fünf fünf also geht's in die Verlängerung also ich müsste jetzt extrem täuschen aber jetzt gibt's den Final Kampf mit deinem Kit Verlängerung hier bei Danilo was Abonnenten gab's jetzt noch nie so also ist was neues oh Gott alter deine Pfeile du leckst doch grad nicht das ist gut das ist sehr gut oh nein das ist nicht gut das ist nicht gut komm um cum hum komm ja nein 6 zu 5 Nach Verlängerung das war richtig intensiv eh teilweise dass du heute gelagget hat habe ich gewonnen und teilweise dass du gelagget gedacht hast du gewonnen Es war so ein bisschen komisch mit den Lags, aber ich würde sagen, wenn euch diese Runde immer wieder gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, da ist immer sehr viel Schnittarbeit. In der Schule sage ich immer jedes Video und wie ihr da vorletztes Mal die Likes rausgebombt habt, das war ja übertrieben. Bis jetzt 18 Likes, das ist Rekord auf meinem Kanal, so viel gab es noch auf keinem Video. Also macht am besten weiter so, das motiviert einfach brutal. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.